Aber jetzt bist du hier, jetzt siehst du, was echte Aggressionen sind. Wow! Was war das für ein Tor! Das war wunderschön! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wie schön war ... Also, auf einer Skala von eins bis zehn, ne? War das ja locker eine Elf, oder? Das war ja locker eine Elf, oder? Elf von zehn, würd ich sagen. Kittel ist eine sehr gute Idee, Freunde. Wir holen den Kittel, ohne Scherz. Wenn, wenn, wenn etwas ... Oder warte mal, ich glaub der Kittel ist gar nicht mehr übrig. Da ist er doch. Wenn einer etwas regelt, dann ist das der Kittel. Dann ist das der Kittel, Freunde. Dann ist das der Kittel. Diese Partie kann nur von dem Kittel gewonnen werden. Was hier abgeht, ist nicht normal. Son, Son, boah geil, Son wäre richtig heftig, ja. Dann weißt du direkt, boah, Korea ... In Korea weißt du direkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge! 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 Brino! Junge! Ich komm gar nicht klar! Was? Oh mein Gott, Freunde! 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 mein gott freund oh mein gott freunde shiri hey shiri guck mal eine minute shiri hat nicht abgefiffen skandal 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 er hätte schon längst abgefiffen nein ihr habt es gesehen ihr wart offiziell dabei ihr wart offiziell dabei warte kurz DINJO DINJO EGGENTOR DIGGA RONALDINJO PAM so n Ding bestraft worden bist du Pipe Pipe JAAAAA Endlich mal scheine Piks Endlich Endlich Oida Oida fahrt warte Aaaa Na pfff Kannst das Stepper probier's What? Ja Du bist du ein bischendem Hahahaha Läd mich am Arsch Lass das Der ist Oskar für den Der hat den selber Raum Der hat den selber Raum Ehhh Ey was Natürlich Ja genau, nur leicht anditschen. Ja genau! Alter Klippen! Es ist direkt ein Walkout. Icon das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Icon ziehe. Shevchenko. Alter ich habe mich heute noch aufgeregt. Ey das ist... Cool. Das ist meine erste Icon, die ich ever gezogen habe. Ey das ist... Das ist sogar so eine Pram. Junge Mann! Jooo! Irre! Irre genommen Digga! Jooo! Johan! Ja! 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 LUL! LUL! Mit der Brust! Ori, mit der Brust macht er den rein! Hohoho! Kann das mit einer klippen, Alter hier! Schick Zon. Zon, mit dem Chipball. Auf Hazard! Und Hazard! Hazard mit dem Knie! Mit dem Knie! 7-5! 7-5! Mit dem Knie! Oh! Ich trottel, ich trottel, ich trottel! Ich go, ich go, ich go! Yeah! Skandal, Jungs, Skandal, Alter. Wir fangen direkt mit Wic-Hindigan, Alter. Wir reden gar nicht über das Pack, Jungs. Wir reden gar nicht über das Pack, Alter. Skandal. Oh, oh! Hauwart! Wuhu! Skub, 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 skub! Oh, Mbappé, stark gemacht. Oh mein Gott! Traumtor zum Start. Und er quittet instant. Er quittet einfach instant. Ich hab ihm direkt die Ehre genommen. Nicht nur so ein bisschen, sondern so komplett, Digga. Oh Gott. Komm jetzt! Mbappé! Das ist doch nicht wahr, Mann! Aber der ist ja 100k wert nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich habe recht das Ich habe recht.